Hallo ihr Lieben! Als Botschafterin der Deutschen Kinderhospizstiftung möchte ich mich mit diesem kleinen Video bei allen von euch für eure wundervolle Unterstützung bedanken, die ihr das ganze Jahr über geleistet habt. Wir konnten damit so vielen erkrankten Kindern und Jugendlichen und ihren Familien helfen und sie unterstützen. Ohne euch wird das alles nicht gehen. Herzlichen Dank von ganzem Herzen. Gemeinsam können wir alles schaffen. Also bleibt an unserer Seite. Vielen Dank.